hallo und herzlich willkommen zurück hier in let's play gianna sisters twisted dreams und wir sind jetzt hier im geister sumpf und ich trinke erstmal kurz eine runde moment wunderbar ja ich habe eben ein spezielles level aufgenommen und zwar das preview level von dem spiel moment war erstmal so dich sondern kommst du dran danke so aber schon gewundert warum da die reklame da ist leute ich habe eben erst mal das preview level von dem spiel namens diesel stürmer aufgenommen wie diese stürmer es ist für die leute die event mit dem letzten platte dessen part nicht gesehen haben diese stürmer es ist ein spiel was black forest games momentan das sind die entwickler von diana sisters twisted dreams was ich jetzt gerade aktuell das player also wie gesagt diesel stürmer es ist okay warum hast du nicht gekippt egal normalerweise waren die stacheln die tödlichen mit die pilze na egal ja ich habe ja genau diese diese stürmer es ist das spiel von black forest games die auch dieses projekt gerade also auch über kickstarter finanziert haben und dieses spiel davon habe ich die nein das preview level im letzten part west plate und oder diesem video ist der link zum kickstarter projekt von diesel stürmer diese stürmer soll laut aussage der kickstarter seite von neben diesel stürmer soll ein ja co-op spieler spiel sein und irgendwie moment was kann man auf jeden fall dann hoffentlich finanziert werden es ist momentan noch zehn tage geht das die kampagne und diesel stürmer ist ja macht einfach mal mit es lohnt sich und ja mehr kann ich dazu nicht sagen ansonsten ja was sind wir uns jetzt erst mal wieder auf dieses spiel ich frage mich gerade wie ich denn da hinkommen ist das ist ein bisschen gehen moment war aber ich eben nicht hingekriegt ich habe keine ahnung holen wir uns mal das zeugs hier ich wollte gerade sagen wir kommen jetzt wieder raus hier ha ha witzlos ja werden wir ein paar tage lang das spiel nicht mehr gespielter dann ist irgendwie der uhr hilfe gott schreibt mich doch nicht das ist man brain of car hinterher wie viele dennoch oh ja oh ja kommt ihr kommt hier ich wollte sagen wenn das jetzt mich tut komm her komm her na los na los na los ja wo ist dich nein weiter ist das fies die restlichen auch noch haben das wird nichts und jetzt danke sehr schön er hat da war auch noch mal welche cool so ach hoch da oh alter beschreckt mich doch nicht alter so gut dann so komm ich dann auf die linke seite ach so hier wahrscheinlich dann wie ich mich immer erschrecke dabei dann komm her mit los los komm so nein und die noch mal hier gut wunderbar haben wir die auch halt da hab ich ja noch mal links welche gesehen siehste komment 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 tschüss und hier unten weil ich ja aber erstmal da oben so das wird die kind hier unten holen läuft euch gut wieder hier sie ist kaum glaubt dieses level kriegen wir auch wieder komplett gekleent entweder das oder oder halt mich als und beiden so noch mal kurz abwarten oh du bist nicht oh nein der pumpe hey hey das ist auch so fies der der ball direkt vom richter und ich sehe den einfach nicht das war ja mal mega fies ne wo ok erstmal das bin ich so sicher dass ich oh hilfe ok wahls und es überrascht mich dass ich das geschafft habe nein oh ich danke überhaupt hoch ja man woher komme ich da jetzt nicht mehr ne muss ich wahrscheinlich jetzt hier lang warte mal schildkröte brauche ich den antrieb hiermit wahrscheinlich auch erstmal gucke ich diesen weg hier ab bevor ich da wieder stundenlang versuche diesen antrieb da zu nutzen hoch genau so das war doof so war es nicht geplant aber es sah zumindest erfolgreich aus war es letztendlich auch so guck mal so und ich bin den das mal und dann die wir rocken doch geil ab wieder hier nein ich würde gerne ich würde gerne danke ach okay ist doch von rechts oh gott ernsthaft wow wow ich hoffe ich kriege hier alle tieren man ich komme wieder hoch verdammt au mein kopf auf zu fahren wie doch mal hier bisschen hoch oder auch nicht da da Hilfe ne ich will die alte da auch noch nein komm mal her komm her los ja 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 keine ahnung ob die da unten da irgendwie holbar waren ach alter soll ich dann hier auch so ja blöd das war blöd ja so warte mal ach alter ich gehe nach links auch nochmal puh ok ne 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 so wird es nichts so ja 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 wieso die da doch kriegen irgendwie versuch erstmal hier rechts lang so erst mal den hier holen so das können wir dann jetzt hier machen so die habe ich auch geholt das müsste ich doch eigentlich hier ah ah bonus bonus so komm ich dann nicht hier haha genau uuuh geil ha wieder ein bonus sehr schön sehr schön das war doch mal giga geil gekriegt halt so wir haben gut diamanten ich glaube ich glaube das schaffen wir diesmal sogar wieder alle zu holen so gucke mal an das war das war das war das war fast doof ah nein ich will nicht mehr dagegen der schen hoch genau ist wir haben die 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 und die Hilfe! Ah! Fauch runter! Nein! Verdammt! So! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay! Okay! Nein! Nein! Verdammt! Es ist aber auch nicht so einfach, ne? Wupp! Du! Ah! Nein! Verdammt! Was mache ich denn? So! Oh! 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 Was für ein Krampf hier! Ja, das ist ein Thema! Ich glaube, ich... Nochmal von vorn! Warte mal! Erstmal so! Und dann... So! Äh... Vielleicht habe ich es doch! Ah! Gut! So! Ich habe also einen neuen Bonus! Wunderbar! Aber nur 274 Diamanten! Ja! Ich hatte... Ja! Gehofft! Und gedacht, dass ich irgendwie... Ne! Da ist kein Secret mehr! Ich hatte ja... Oh Gott! Hier wieder! Ah! Oh! Oh! Ich hatte ja... Gehofft, dass ich irgendwie alle Diamanten kriege! Aber... Nein! Leider nicht! Leider habe ich nur 274 von... 442! Ich habe keine Ahnung! Auch zumindest nur 7 Deaths! Ich habe keine Ahnung, wo die restlichen Diamanten gewesen wären! Ich hatte eigentlich das Gefühl gehabt, wir haben gut abgeräumt! Äh... Finde ich jetzt schade! Aber... Es geht das nächste Mal in den Tempel des... Doom... 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 Ja! Der Tempel des Doom... Doom... Gut! Mit diesem Namen lasse ich euch erstmal allein und... Ja! Im nächsten Part geht es dann in den Tempel des Doom... Doom... Mit 403 Diamanten Flash... Hoffe ich es da! Alle... Zu finden! Ich hoffe es! Wahrscheinlich glaube ich das... Na mal... Gucken wir mal schon! Schaltet ein! Dann erfahrt ihr es! Tschüss! 2 7 6